... ... ... ... ... ... Die Wünsche? Wahrscheinlich trug, weil es nicht mehr so ist. Geht das denn? Den soll die da stoppen, oder? Ja. 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 Ich glaube, ich hatte den. Darf ich den Tod piepsen? Achso. Nee, ich glaube, sie kommt nicht weg. Ja, die will aber ja weg. Dann hilf ihm wieder auf, damit er weglaufen kann. Damit er sich mal bewegen kann. Vollkommen. Jetzt gucken wir dich.